Musik Herzlich Willkommen zu den Westendorf News vom 24.01.2012. Die Tagesthemen Westendorf versinkt im Schneechaos und die Schnapspreise steigen dramatisch. Diverse Westendorfer Skilehrer haben den Dauerpromillerekord von 1,9 überboten. Wir schalten live zum Austragungsort, wo unser Außenkorrespondent MKS berichtet. Am Nachmittag kommen drei auf der Übungswiesen, sieht man Schilehrer zum Bäder schüren. Alle wollen's noch eins, schnell auch bitte resten, Bier nicht noch eins und sich bräunen lassen. Alle sitzen zum Sommer und ist ziemlich paniert und geht es an den Unterwert richtig zelebriert. Alles verlagert sich ins innere Futterhütten, das sind 30 Quadratmeter und alle G'schicken. Sind Schreini und ein Happy Hears diskutieren, sie probieren sich am Stammtisch zu artikulieren. Während da dabei ein Stock massagriert und gegen mich wieder mal eine Runde verliert. Runde für Runde wird 20 serviert, weil der Bäder und die Babs haben das Jahre lang trainiert. Fassel für Fassel wird einer zart, während der Markus schon fast ein Kreislauf zum Brat. Kippst du dir da gehitten auf der Übungswiesen? Da wo alle hängen und ihre Schnäpse genießen. Da wo Nägel tonnen, weiß im Stock drin verschwinken. Und Schilehrer verlaut das auf dem Postshow erblinden. Da wo Weiber hinter der Hüttenmanger aufblosen. Und Mander in der Hüttenbrenzen zwecksaußen. Und alle miteinander sanzt, tut den zu. Und genau das ist der Grund, warum ein Bett absucht. Super Schnäpp, super Bier, super Toast. Super Light, super Fett, drei, vier, Prost. Und der Jo, der hat schon wieder gefordert. Er verliert halt gern gegen dich Snowboarder. Nagel für Nagel wird Ache geschlagen, während sie uns Runde für Runde nachher tragen. Und wer einer im Stock bricht die Regeln, da kommt der Bursche mit seinen Schlägel. Und dann geht's los, jetzt wird richtig diskutiert. Bis sogar der letzte Holländer kapiert. Und sollte da haben wir einmal Ache fallen, ja da magst du gleich aus, ich geh A Hunde holen. Und ja meine, du hast kein Knädel, weil dann schreibst halt du. Und wenn's drum bädelst und so ein Monatslohn, ist gleich einmal versuffen. Weil beim Bäder herum die Weißbier gut rutschen. Doch das ist ganz wurscht, denn es geht nicht um einen Cash. Hauptsache eine gute Zeit und einen guten Flash. Kennst du die Nogenhütten auf der Übungsrisen? Da wo alle hängen und ihre Schnäpse genießen. Da wo Nägel tonnen, weil sie im Stock drin verschwinken. Und Schielehrer verlaut das auf dem Postschuh erblinden. Da wo Weiber hinter der Hütten, Mangen da auch bloßen. Und Mangen da in der Hütten trenzen, Zwecksaußen. Und alle miteinander sanzen, duft den zu. Und genau das ist der Grund, warum man Bäd absucht. Kennst du die Nogenhütten auf der Übungsrisen? Da wo alle hängen und ihre Schnäpse genießen. Da wo Nägel tonnen, weil sie im Stock drin verschwinken. Und Schielehrer verlaut das auf dem Postschuh erblinden. Da wo Weiber hinter der Hütten, Mangen da auch bloßen. Und Mangen da in der Hütten trenzen, Zwecksaußen. Und alle miteinander sanzen, duft den zu. Und genau das ist der Grund, warum man Bäd absucht. Und alle miteinander sanzen, duft den zu. Und genau das ist der Grund, warum man Bäd absucht. Musik 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 opf Musik 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 Bis zum nächsten Mal.